Mic check, 3, 2, 1, go! Fakt ich mir natürlich einfach was denn jetzt los? Trink, ihr habt ja echt ein Bustsein, oder wer das hier noch geschafft? Wird da wohl meinen Reinstein, während ich natürlich auch sein mein Stein zu wagen, als Professor Doktor Rostomuda. Gerade auf Aufnahme und die Jahre des Vorten auch grad im Video Stream. Somit könnt ihr 3, 2, 1, natürlich das Gänstiegen. Momentan frag ich mich, wie geht das hier denn in den Kriegen, während es denn natürlich auch wieder beginnt zu stiegen, nein, die Stiegen zu sein gerade, oh nein, aber momentan ist das hier mein Reinklamm, so bleib ich dann natürlich ja schon wieder weiter, mit dem Vorhaben wäre ich natürlich auch schon so, vom Vorhaben her, jetzt was stimmt, ach ja, stimmt ja, leider kein schwachsinniger Mensch, sagen meine Freunde dazu, ich hingegen sage, dem die Referenz zu sein gab in Sachen, die rein jonglieren und so kann das hier manchmal passieren, fast nie, was da schon in irgendeinem Leuten so entfleuchte ich mal, aber momentan ist das hier Gärte, was denn guter die Lecktheit, und somit ist das hier kein Spalt, sondern einfach ein Genius-Hart-Gor-Gärte, was denn gut, ja, und wenn ich dabei nochmal losgehe, als wäre ich, dann ist das hier einfach nicht zu verherrlichen, sondern einfach nur noch wieder zu ehrlich zu, ja, so könnt ihr euch gerne beschweren, wie auch immer ihr wollt, aber momentan folgt man mir eher Respekt, so dass ich hier noch nie da schon wieder was eck und so an, ach ja, stimmt ja, anecken, aber da ging es nicht anstrecken, sondern einfach nur noch wieder dran schnecken lassen, und somit denke ich mir dann natürlich auch schon wieder als Schneckenfröte, die ich zu sein gerade, allerdings auch nur, weil man mit ihm ein Stein tag da schon wieder rein geht, und zwar viel zu heftig zu sein, gerade in jahr so kommt das manchmal vor, ja, auch den Steinschläger kenne ich mittlerweile wohl von Den Haag aus, ja, so kann man das hier natürlich auch verstehen, ist das ein Problem, on record, there's so much to that sport, greet Genius-Hart-Gor-Gor-Gärte, was denn gut er, während andere Leute da schon wieder meinen, meine guten, viel gerichtete, heißende Situation hier zu kennen, frag ich mich letzten Endes natürlich auch schon wieder, wie mutet ihr euch denn selbst was an, denn in den anderen Phasen haben wir natürlich auch was gerade eben drin gehabt, dem Genius-Hart-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-Gor-G Vielen Dank.